4. Juli 2001, Erzengel Michael Tag für Tag könnt ihr das heimtückische, zerstörerische Wirken der Geiste, der Bosheit, in eurem eigenen Leben, im Leben anderer und in der Welt erfahren. Nach Gottes heiligem Willen bietet euch die heilige Jungfrau Maria eine wirksame Waffe, gegen die teuflische Bosheit an, die Liebesflamme. In der Liebesflamme sind die dreifaltige Liebe Gottes und die Liebe des unbefleckten Herzens der heiligen Jungfrau Maria eins geworden. Dieser gewaltigen Liebesflut vermag der Satan nicht standzuhalten, da er geblendet durch den Lichtstrahl der Liebesflamme machtlos wird. Es liegt an euch, in welchem Maße ihr mit der Mutter Gottes beim Ausströmen ihrer Liebesflamme mitwirkt. Gott will, dass die heilige Jungfrau Maria durch euer Mitwirken das Ausströmen der Liebesflamme intensiviert. Er will auch den endgültigen Trumpf des unbefleckten Herzens nur mit eurem Mitwirken erringen. Es ist nicht so, dass die Mutter Gottes, die Mitterlöserin, dies nicht ohne euch vollbringen könnte. Sie bezieht euch deshalb in das heilige Werk der Seelenrettung mit ein, damit ihr einst auch an ihrer Herrlichkeit teilhaben könnt. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.